Willkommen in diesem schicken Ford Kuga Titanium mit Allradantrieb und Turbodieselmotor. Wir freuen uns über Ihren Besuch bei Autors Wisman. Der Motor dieses Kuga ist Schadstoffarm Euro 5 und er bekommt die grüne Plakette. Dank niedrigem CO-Ausstoß und Dieselpartikelfilter gibt es eine günstige Kfz-Steuer. Die Außenspiegel sind elektrisch verstellbar mit Umfeldbeleuchtung. Hier sitzen Sie hoch, hier steigen Sie hoch ein. Das ist bequem. Abgedunkelte Scheiben hinten sehen schick aus und lassen die Sonne draußen. Die 17 Zoll Alufelgen unterstreichen den Offroad-Charakter des Fahrzeugs. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Sportsitze mit Lederstoffpolster bieten viel Seitenhalt. Fußmatten und Einstiegszierleisten gibt es bei uns dazu. Für Ihre Sicherheit sorgen 6 Airbag, ABS und ESP. Nebellampen vorne und der Parkpilot hinten. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sichert bestes Wohlfühlklima. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autofilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Muskulös, sportlich und dynamisch. Mit diesem Kuga werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie, europaweit. Erweiterbar bis auf fünf Jahre. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in Probe. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service. Da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Auto aus Wismar. Tschüss!